Wie sie es dreht und nicht mehr in die falsche Richtung dreht. Ich bin eh schlau. Ich bin so schlau, ich bin so schlau. Ich könnte das Ganze ein wenig schneller machen. Nein! Ihr wollt ja auch alles mitbekommen. Und wenn ich das schneller mache, ist es so schnell vorbei. Wo sind jetzt zwei? Zwei fährt man daher. Eins. Eins, eins. Konstruktion abgeschlossen. Verstärk mal eins noch ein wenig. Gute Frage, Konstruktion welche? Oh, hoho, sehr schön, sehr schön. Konstruktion abgeschlossen. Mach doch mit Maschinengewehr. Ich baue ein wenig enger, weil wir nicht so viel Platz haben. Schön eng. Ah, wir sind weitergebaut, da haben wir jetzt ein Tor gebaut. Ja, egal. Ah. Es geht so schnell, das ist... Schön. Echt schön. Doch, ja. Da trinken wir mal einen Schluck. Was wahrscheinlich extrem hört, aber egal. Oh, komm, werd fertig, werd fertig. Wir haben es doch eilig. Wir wollen noch ganz viel mehr bauen. Ob da noch einen? Produktion abgeschlossen. Ich lasse mal mal da oben stehen. Produktion abgeschlossen. Einwand frei, einwand frei, komm. Jetzt noch den vierten Turm und dann soll es reichen für die Mission. Ich bin doch gut in der Zeit noch. Ja. Ist das sonst doch irgendwas? Hey, da könnte doch was sein, ne? Bauen wir mal dann auf. Konstruktion abgeschlossen. Und er kann nicht auf den Turm... Turm... Ja, der Turm kann nicht auf den Turm schießen. Ja, das ist ein Turm. Erkennt man seine flachen Form, dass das ein Turm ist? Oh, ja. Nein! Oh, komm! Das darf man euch schon um die Berge rumfahren lassen. Oh, komm. Ich werde die Wegfindung jetzt schon hassen. Und später noch viel, viel mehr. Denn sie ist einfach ein bisschen scheiße, wie ich gerade feststelle. Hoffentlich kommt ein Patch, der das behebt. Hoffentlich. Nein, kommt nicht. Ihr wollt mich alle queren, ich weiß. Und wir speichern erst mal. Und schießen, den Turm kaputt, schießen, den Turm kaputt. Ja. Wir können gegen ein paar Idioten schmieren, die keine richtigen Waffen haben. Und wir haben schon vier durchschnittliche Einheiten. Ja. Ja, ich werde zwei Einheiten verloren und mir ist zehnfacher vernichtet. Halt dich für eine gute Bilanz. Ja, ja, ja. Kommander, die beiden ersten Zonen sind nun gesichert. Aufklärungsflüge durch den Transporter haben zahlreiche Ruinen aus der Zeit vor dem Kollaps entdeckt. Laden Sie eine Angriffsdrucke in den Transporter. Der Transporter wird Sie dann zur Landezone fliegen. Erkunden Sie nach der Landung die Ruinen und bergen Sie alle Artefakte in der näheren Umgebung. Laden Sie einheiten in den Transporter, indem Sie den Transporter als Ziel angeben. Ihm, ja. Und, uh, und, was? Viertelstunden bloß? Äh, ich könnte was sagen, während ich speichere, ne? Nein! Ich will doch eh nichts von mir hören. Äh, Moment, okay. Was? Hilf was? Achso, nein, ich glaub, das war bloß die Zeit, die man hatte. Nein, ich hab doch gar nicht... So, so will ich's haben. Eins. Ich bin ja schon auf Eins. Fährt jetzt mal dann auf und nehmen wir... Nehmen wir was zum Bauen mit. Keine Ahnung. Wäre es klug, etwas zum Bauen mitzunehmen. Hm. Gute Frage, gute Frage. Welchen können wir reinpacken? Zehn. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Neuen mit Doppel-MG mit. Ich weiß, dann brauch ich was zum Bauen. Ach, machen wir's doch einfach mal so. Wir speichern. Was steckt denn los? Okay, das ist jetzt ein bisschen beschissen. Ah, das Video schauen wir's noch nicht an. Wie, ich hoffe, die ganze Version nur eine Viertelstunde? Okay, dann... 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 Nehme ich da definitiv nichts zum Bauen mit. Ich dachte, das ist bloß die Zeit, wo ich hab, und wir sind ein Tele... Teleporter, ja. Das ist ein Teleporter. Wir teleportieren von einem Punkt zum anderen. Ah, komm her, bewegt dich. Oh ja, und ihr fahrt wieder gegen den Berg. Herrlich, die Wegfindung. Ah, wer die gemacht hat, der verdient echt einen Keks. So, ihr seid... Ihr seid Reparaturgut. Dich brauche ich. Und dich nämlich auch noch mit. Komm, hopp, neider. Und los damit. Los, los, los. Wir haben's eilig. Wir müssen schon gestern da sein. Nö, ich hab das Video... Moment, ich kann's mir noch mal anschauen, ich kann's mir. Nein, ich kann mir die Videos nicht noch mal anschauen. Oh, nein, ich will das Video... Nein, ich will das Video zeigen. Ich will die Videos mit zeigen. Ich hab's mir runtergeladen, ob ich's auch zeigen kann. Missions-Timer aktiviert. So, ihr fahrt jetzt mal... Was ist ich... Daher... 3 für da hier. Komm, auf jetzt. Aber ich kann wieder nichts erforschen. Ach, geil. Euch zwei nehme ich. Ob, nein, da. Fahrt ihr denn hin? Oh ja. Egal, egal. So, die noch speichere ich, aber... Ich glaube, ich werde die Spielstände irgendwann mal hochladen. Für jemanden, der es haben will. Also, niemanden wahrscheinlich. Aber egal. Okay, jetzt Video, Video. Ich klicke nichts, gar nichts. Ja, dafür hat sich das Laden jetzt mal so richtig gelohnt. Egal. Ist halt jetzt eins, Glückwunsch. Die Zahlen sehen so komisch aus auf der niedrigen Auflösung, das ist... Und, kann ich dann auch schießen? Nein. Nicht so wirklich. Also, speichern wir nochmal, warum auch immer. Warum speichere ich so oft? Ich habe Angst. Uh. Da lang? Kann ich da lang? Will ich da lang? Gute Frage. Will ich da lang? Habe ich so viel Zeit, um da lang zu wollen? Oh, oh. Oh. Gute Idee, da lang zu fahren. Sehr gute Idee. Aber egal. Ich habe Doppel-MGs. Ich bin unbesiegbar. Das ist pure Vernichtungskraft. Oh, und das Schöne ist, man kann weiterhin Einheiten bauen, während man auf so einer Mission ist. Was mir aber lieber wäre, wenn wir es backen, dass ich auch... Äh. Reperiert hier mal. Und ich hatte da nicht mehr Zeit ursprünglich? Oh, da muss ich mich jetzt richtig beeilen. Sollte ich mich mal richtig beeilen? Ich glaube, auf niedrigen Schwierigkeitsstufen hat man mehr Zeit. Gab es da überhaupt irgendeinen Grund, da lang zu fahren? Ich glaube, da gab es noch Atefakte. Ja, da gab es noch Atef... Gab es da noch Atefakte? Boah. Egal, ich kann irgendwas kaputt schießen. Das ist doch schon mal was. Irgendwelche Autos und Belechelten von irgendwelchen Zivilisten, die erleben. Ich meine, wer will nicht, dass da irgendwelche Arschlöcher vorbeikommen mit Maschinengewehren und einem das Haus zusammenschießen? Oh. Ich glaube, das wird zeitlich ganz eng. Ganz eng wird es. Ja, komm. Tanklaste. Oh, der explodiert da schön. Hier explodiert echt alles, oder? Oh, ein Stück Holz. Oh, ein Stein. Oh, einer auf... Ein... Ein Zeichen mit der Ausschrift. Nicht explosiv. Boah. Ja, so groß ist es doch nicht. Habe ich genug Zeit? Ja, doch. Ich habe einen richtigen Weg genommen. Ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Komm, ich kann mich da wieder haupt zum Ziel. Aber ich kann von oben auf Leute schießen. Was ist da noch? Da ist noch irgendwas. Geil, ich bin vorbeigefahren. Was auch immer es ist, ich muss es mir holen. Ist bestimmt was zum Forschen, oder so. Und fahr zu. Ja, ich muss den Weg ja wieder zurückfahren. Fällt mir da gerade auf, oder? Äh, ein. Ja, auf. Einfällt mir das wohl eher. Glaub ich jetzt zumindest, dass ich das muss. Wir werden sehen, wir werden sehen. Komm, machen wir jetzt mal die Blechhütten da kaputt. Bringt das überhaupt noch, die Blechhütten was kaputt zu machen, oder? Ja, sie stehen mir auf jeden Fall immer im Weg rum. Es bleiben mal Einheiten am Ende noch dran stecken. Und... Boah, guck mal, eine Blechhütte. Boah. Ey. Ne, da können wir jetzt irgendwie nicht rumfahren, ne? Da. Also, das ist eine Blechhütte, ja, weißt du. Da ist, ähm... Da muss man schon davor stehen bleiben. Noch 10 Minuten. Ah ja, schön. Dann hab ich ja nur noch 10 Minuten. Zeig mir lieber mal einen Weg. Ihr könntet mal so ein paar Schilder aufstellen. So hier lang und dort. Und da bist du völlig falsch, und so. Vorsicht, Einbahnstraße. In die andere Richtung nur fahren, wenn man Panzer hat. Oh!